Hallo, Toastmasters! 300.000 Mitglieder weltweit, 12.000 Clubs. Der Rhetorik-Club Zürich ist einer davon. Peter, was hat dir der Rhetorik-Club Zürich bisher gebracht? Weißt du Thomas, früher war es für mich eine Qual, vor Publikum reden zu müssen, aber heute hingegen eine große Herausforderung. Wow, wie hat dir der Club dabei geholfen? Nun, mit zwei Sachen. Die Chance, jede zwei Wochen üben zu können und der konstruktive Feedback meiner Kollegen im Club. Du bist jetzt seit zwölf Jahren dabei. Was hält dich im Club? Reden lernt man doch reden, sagt schon Cicero. Und wer rastet, der rastet. Rhetorik-Club Zürich. Durch Reden überzeugen. Wenn du das auch willst, sei unser Gast. Rhetorik-Club Zürich. Durch Reden überzeugen. Rhetorik-Club Zürich. Durch Reden. Rhetorik-Club Zürich. Danke. Rhetorik-Club Zürich. Rhetorik-Club wurde das auch nicht eingelie in den Körpers. Rhetorik-Club Zürich. Rhetorik-Club Zürich. Lassenkörner- substances Körpers.